Oh, das ist strange. Ich hab kein Mana, ich kann auch nicht gucken. Hab ich da grad gesehen, wie sich was bewegt hat? Hab ich da grad gesehen, wie sich was bewegt hat? Also so schnell bewegt hat. Ich hab ja auch keine Herzklopfen. Ja, kannst du auch hier hin? Kannst du auch hier hin? Oh, die kann da hin. Alles klar. Das juckt die anscheinend gar nicht. Gut. Ich glaub, ich weiß nicht, ob das die Hexe ist. Ich hab keine Ahnung. Boah, ist die nervig. Tja, dann muss ich jetzt wohl Monster töten, damit wir Mana haben. Wir sind immer noch gut dabei. Wir haben viele Sachen gefunden, viele Sachen freigeschaltet. Dann war das echt ein Baum. Den wir gesehen haben. Die Sicht eines Baumes. Und kein Flug hier. Was ist das? Wie gruselig ist das denn jetzt, wenn ich da ein Herzklopfen hab? Und hier sind ja überall Bäume. Ich werd doch jeden den Verdacht haben. Ich werd doch hier richtig wahnsinnig werden. Das ist super geil. Willst du mich verarschen? Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich gehe auch. Ich sehe mich. Das ist der. Ist das? Ja, das ist er. Oh nein, ich habe keine Heilpflanze. Doch, hier. Hier ist irgendwo eine. Wo? Oh Gott, nein. Oh nein, jetzt kommt die auch noch. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ist es super. Mist. Boah, geht die mir auf den Sack. Okay, ich werde den mal umgehen. Irgendwie. Ich glaube, das klappt alles nicht. Wieso kann ich denn da nichts abziehen? Boah, geht die mir auf den Nerven. Ja, komm, schneller, schneller. Ich habe ja den Skill jetzt mit schneller nachladen. Boah, das tut ja ewig. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ach, krieg ich dich ein, Olle! Vielleicht mach ich da jetzt noch ne Pause hier mit, also, und geh zur Stadt oder so. Au! Mich! Ja, man sollte natürlich auch mal die Waffen nachladen, ne? Das wär schon sehr geil. Oh, nein. Scheiße. Hä? Heilpflanze! Irgendwo? Ich weiß nicht, ob man sich ne Stadt heilen lassen kann. Oh, oh. Oh, warte mal. Komm mal mit! Komm mal rum hier! Heilpflanze, irgendwie. Irgendwo. Komm bitte. Bitte, 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 bitte. Na komm, Junge, komm hierhin, komm hierhin. Scheiße! Okay, wenn er eh jetzt in meine Richtung geht. Na komm, irgendwo hast du bestimmt ne Heilpflanze. Boah, kann der weit schießen, alter Falter. Komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm, du musst da, eigentlich musst du doch... Eigentlich müsste da von den Dingen getroffen werden, Mann. Oh, fuck. Ich wohne in der Heilpflanze. Oh, fuck. Ich wohne in der Heilpflanze. Kein Fallschaden mehr. Okay, vielleicht komm ich noch zur Stadt. Vielleicht komm ich noch zur Stadt. Vielleicht komm ich noch zur Stadt. Vielleicht schaffen ich's noch. Boah, ey. Oh Gott. Ich muss mich aber beeilen. Wie der sich immer noch hoch heilt. Und dann... Ja, dann geht's doch wieder weniger. Beknapp. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Wir schaffen das schon. Oh Gott. Ja, komm nicht mehr lange, nicht mehr lange, nicht mehr lange. Du schaffst das, du schaffst das. Da vorne ist die Stadt. Oh mein Gott. Das ist ja richtig schrecklich. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass ich jetzt irgendwie hier safe bin. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Wow. 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 Wie wenig man den auch abzieht, ne? Heilige Scheiße, ey. Oh, ich guck mal kurz, ob ich hier was krieg. Der muss ganz dringpinkeln gehen. Geht Geld. Ja, wow. Elf Goldmünzen, ey. Kann ich mir eine Kohle auf ein Brötchen von holen? Entschuldigung. Okay. Das Kruzifix hat irgendwie gefühlt gar nichts bei ihm gebracht. Gefühlt vor allem. Ich guck mal. Ach. 60. Ja, komm. Bringt natürlich alles nichts. So. Ich geh ganz kurz Pipi machen. Ich geh ganz kurz Pipi machen. Ich geh in die Kirche, weil hier ist es total sicher. Ne? Ja. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Äh. Ganz schnell Pipi. Noch was getrunken. Lustig. Der. Der Typ, der Baum, ne? Der Typ, der Baum. Mein Freund, der Baum. Ähm. Der hat ja tatsächlich... Das ist ja hinten aber nicht Jeff, oder? Ähm. Der hat ja tatsächlich jetzt gerade HP verloren, aber das resettet sich ja nicht. Das ist einfach wie so ein normales Biest. Nur jetzt diesmal mit Support, ne? Und hier speichert der ja jetzt. Boah. Das wäre das furchtbarste, was passieren könnte, wenn das Spiel die ganze Zeit nicht gespeichert hat. Dann müsste ich's abbrechen. Gott, da stand nämlich dann speichert auch hier. Und jetzt guck ich wieder oben. Aber nein, das muss jetzt... Also das hat der ja gespeichert. Bestimmt. Boah. Ich brauch Mana. Ich brauch einfach alles. Ich hab auch schon wieder voll vergessen, wo der war. Ähm. Was war... Was war... War das oben? Welche... Welche war das? Ich bin ein bisschen durch. Ich bin so durch. Jetzt rennt er hier überall rum. Oh, okay. Achso, da ist er ja schon. Äh. Das ging aber schnell. Guten Tag. Hä? Hä? Gehen wir mal hinterher? Hä? Warum ist der denn so schnell unterwegs? Warum rennt der einfach an mir vorbei? Kein Bock mehr? Kurze Fixe ziehen den aber nicht so viel ab, ne? Wo ist er? Wo ist er? Der ist so groß. Wieso übersehe ich den? Wo bist du? Der ist so ein Ast beweging, ich dachte hier schon. Fuck, ich weiß nicht wo. Ja, da waren wir auch schon drin. Ja, jetzt könnte ich hier so Wächtertotems, aber wie gesagt, man ist immer... Geld ist ja immer ein bisschen schwierig. Hier war Geld. Da ist Geld. Da komme ich jetzt sogar noch dran. Juhu, ist ja schön. Da freue ich mich. Na, wo bist du, du Arsch? Weg ist er. So, da ist er wieder irgendwo zwischen den Bäumen. Boah, ist so unmöglich, den jetzt sofort zu erkennen. Wäre krass, wenn er sich als Baum irgendwie nochmal so irgendwo hinstellen könnte. So, da ist er. So, da ist er. So, da ist es ein schwarzer Schirm. So, da ist er. 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 Der kleine Pisser steht. Ich habe es gerade noch gesagt. Ich brauche diese Wächtertotems. Hier haben wir so heulen, das heißt der ist hier irgendwo. Ich brauche diese Wächter. Ich bin blöd, ich sehe ihn einfach nicht. Das müsste irgendwo da unten sein, da gerade wo sie auch war. Aber der Flüsterding, das jetzt noch. Okay. Ja, irgendwo hier unten. Oh nein, noch so ein roter, oh Gott. Das ist doch furchtbar hier. Wenn ich durch seine Augen gucke, sehe ich mich dann selber? Eigentlich. Ja, das ist dieser eine Mann, das ist er nicht. Ich bin blöd. Boah. Alter Falter, ey. Boah. Okay, ist irgendwo da vorne, aber... Also da hinter mir, aber boah. Oh Mann, ey. Schwierig. Mana ist hier dann natürlich auf Null. Aber, ich meine, selbst wenn ich durch seine Augen sehen kann... Ich habe ja gerade durch seine Augen gesehen. Ich konnte da nicht wirklich was erkennen. Weil hier ja alles gleich aussieht. Schade, dass der nicht mehr rumläuft. Schade, dass der nicht mehr rumläuft. Oh ja, das ist da, ja. Boah, Alter, ey. Das geht ja gar nicht, du kannst ja gar nichts machen hier. Oh Gott. Okay. Okay. Ich muss zurück in die Stadt erstmal. Das bringt hier gerade gar nichts. Getötet habe ich jetzt auch keinen, ne? Gut, sie fickst schon. Nur noch du bist am Leben. Nur noch du. Ich brauche ganz viele. So, es geht weiter. Ähm. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den erkenne. Aber es gibt eine Strategie, die alle irgendwie benutzen. Die schon sehr einleuchtend ist, muss ich sagen. Genau, hier wollte ich nur gucken. Da kann man nichts erkennen. Ähm. Die ist tatsächlich sehr einleuchtend, denn er sagt ja, ich muss es abwaschen. Dass, äh, die Säure. Deswegen soll man mit ihm, ähm, soll man den Baum zu einem, ja, zu einem Fluss. Also zu diesem einfach, am besten da bei der Cabin, äh, locken. Und dann, wenn man ins Wasser geht, ist es wirklich abgewaschen. Ich dachte irgendwie, das wäre nur so eine, so eine Art so, ha, ich sollte das abwaschen. Da dachte ich, das heißt für mich, ich muss in die Stadt. Irgendwie. Keine Ahnung. Und, ähm, dann gab es so ein Rätsel-Thread, ne. Und ja, da habe ich mich gespoilert, weil, ich sag mal ganz im Ernst, da wäre ich nie drauf gekommen. Und ungefähr 50 Postings später haben die Leute das gemeinsam erst rausgefunden. Also, ich habe mich gespoilert, weil wir hätten es nicht rausgefunden. Das ist ganz, ganz komisch irgendwie. Ich weiß, wie wir in diesen Raum können. Also, man hat den Hinweis eines Schädels. Eines Schädels und eines Skills. Ich weiß nicht, wie ich hier, äh, einen Hinweis von einem Skill irgendwie kriege. Keine Ahnung. Aber, ähm, wir brauchen einen Skill. Wir haben alle. Wir haben alle. Wir brauchen, äh, ich muss da ganz kurz gucken, welcher Skill das war. Genau, zweite Chance. Wir brauchen noch Mana. Scheiße. Diese Fähigkeit verbraucht 45 Mana. Brauche ich die 45 Mana jetzt? Ich meine, wir können es mal ausprobieren. Ich habe ja jetzt eh gespeichert, indem ich jetzt hier reingegangen bin, oder? Ähm, folgendes. Wir werden zu einer zufälligen Location geportet, wenn wir sterben. Wenn unsere HP auf, wenn unsere HP auf Null fällt. Wenn, Wasser ist anscheinend auch wie Säure für uns. Haben wir jetzt ja ein paar Mal bemerkt. Deswegen soll man in so einem Bottich gehen mit Wasser. Und jetzt müssen wir mal gucken. Hier, wo war einer? War das der? Beim Hund war das, ne? Beim Hund war ein Bottich mit Wasser. Lass doch nicht. War schon wieder. Und sollen da reingehen. Und, äh, sollen dann darin sterben. Da wir ja hier in der Stadt sind und nicht auf der Map, müssten wir in der Stadt zufällig irgendwo spawnen. Das ist alles ganz komisch. Äh, ich geh mal kurz sterben. Ich soll jetzt hier rein. Warte, hier. Das ist ganz schlimmes Wasser. Ich brauch wohl doch 45 meiner. Tja. Das war wohl nichts. Okay. Okay. Alles cool. Ich hab wieder Geld. Das sollte dann gleich nochmal... Ich besorg mir mal ganz kurz Mana. Komm. So, da bin ich wieder. Ich hab ein paar... Ich glaub ich hab drei Hunde oder so getötet. Ich weiß es gar nicht. Ähm, wir haben auch genug Mana. Und jetzt probieren wir's nochmal. Erstmal den hier. Den hier. Vielen Dank. Alles klar. So, aber wenn ich... Ne, warte mal. Sterben tut man ja nicht, ne? Wir werden ja nur geportet. Wir sterben ja nicht. Das Geld werde ich also behalten. Gucken wir mal nochmal. Ich habe... 92 Münzen. Wehe ich den gleich nicht. Dauert jetzt ein bisschen. Ja. Oh mein Gott, das hat wirklich geklappt. Hä? Okay. Das ist ja ein seltsames Buch. Necronomicon? Ja. Ja. Okay. Aber... Ich dachte... Ich krieg kein Skillbuch. Oh Gott. Krieg ich kein Skillbuch. Ich will ein Skill. Oh Mann. Ich mein, das ist auch ganz cool. Jetzt ist das nicht kommunikant. Aber... Menuh. Da buchtet du oder das. Ah, jetzt kann ich hier durch. Das ist ja schön. Ja. Dafür haben wir jetzt 121 Münzen, ne? Hör mal. Hör mal. Aber wenn ich nochmal random sterbe, komme ich dann oben bei dem Bürgermeister da irgendwie rein? Ich meine... Wir haben wieder 100 von 100 Mana. Ich meine... Könnt hier, ne? Könnt hier. Na gut. Ich geh mich jetzt heilen und dann gehen wir ein paar Sachen kaufen. Ein paar Schicke. Vielleicht ein paar Kurze fixe. Ach. Super. Muss ich überlegen. Die Kurze fixe müsste ich ja vorher schon mal am... am Wasser platzieren. Und dann müsste er halt genau da durchlaufen. Sogar ein Pfeil. Ist ja schön. Ähm. Zwei Stück habe ich sogar. Ja, bei 121... Gibt ihr den Hinweis auf die Position der Kreatur? Nur zum Einmaligen. Ah, das... Das wär mir... Das wird mir grad echt helfen. Ja, komm. Komm. Äh, ansonsten... Ja, komm. Das reicht mir gerade. Das reicht mir wirklich. Das mit dem Bürgermeister-Ding, das würde ich aber tatsächlich nochmal ausprobieren, weil... Da ist irgendwas drin. Und ich will wissen, was es ist. Gerade ist... Warte mal. Gerade ist es die Puppe tatsächlich. Das ist so eine komische Puppe. Das heißt, wenn die da drin ist... Ja... Der war ja vorher im Dollhaus. So hieß das jetzt im Internet. Ich hab die ganze Zeit Spookhaus und Creepyhaus, Ghosthaus... Nichts gefunden. Ähm... Ja... Und nie stand irgendwo eine Lösung, was es mit der Puppe auf sich hat. Jetzt einfach mal... Durch Zufall drüber gestoßen. Ähm... Jetzt haben wir ja gespeichert. Die Witch ist gerade übrigens... Ich weiß nicht, ich glaub ich hab's nicht drin gelassen. Ich hab da schnell den Aufnahmeknopf gedrückt. Die war da vorne... An der Brücke. Ich geh da jetzt auch wieder hin. Da war die Witch. Aber ich hatte keinen Herzschlag. Da, hörste? Oh, was für eine Schreierin, ey. Ich dachte grad, ich hatte wirklich ein Piepen jetzt auf dem Ohr. Ich wollte schon sagen, ey geil, die schreit mich an. Und ich krieg ein Real-Life-Piepen auf dem Ohr. Und ich hör ihn nicht. Bin ich ja gleich mal gespannt. Ja, die Stiefel hätten mir 10%, da hätte ich vielleicht bis hier hin laufen können. Den Baum zu erkennen wird so schwierig. Da weiß ich immer noch nicht, wie ich das am besten mach. Außer am Herzschlag halt. Und dann probieren, auf irgendwas zu schießen, was vielleicht ein bisschen anders aussieht als all die anderen Bäume. Ähm. Es ist Zeit. Da? Da sagt sie. Oh Gott. Oh nein, wenn er läuft... Läuft der? Oder läuft der nicht? Nein! Oh nein, wenn er läuft... Läuft der? Oder läuft der nicht? Oder läuft der nicht? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, wo? Das ist nein. Oh fuck. Das tut ihm, er hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt, oder? Da hinten, der sieht ganz seltsam aus. Da ist er doch, du Dreckiger. Oh, du Dreckiger, ich würde jetzt so... Oh, warte ab, was ich jetzt mache. Warte ab, was ich jetzt mache. Na eins. Und jetzt mache ich euch fertig, Junge. Jetzt mache ich euch fertig. Geh an, geh an, geh an. Geh an. Ich warte, bis beide an sind. Ja, aber jetzt erkennt man ihn auch. Gerade habe ich den aber gar nicht gesehen. Nein. Nein. Okay, warte. Immer eins. Oh, geil. Oh nein. Oh fuck. Und wieder. Ja, komm, 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 komm. Hä, aber da steht ja noch, der kurz fix. Oh, boh, 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 boh. Oh fuck. Scheiße. Oh nein, ich brauche eine Heilpflanze, unbedingt. Oh, unbedingt. Guck mal, der. Der hängt da einfach. Okay, ich muss mich irgendwie heilen. Ich muss mich irgendwie heilen. Und ich hoffe, der rennt irgendwie trotzdem in den Dinger. Oh.